Hallo und herzlich willkommen beim Harburger Lokschuppen. Liebe Märklin-Freunde, ja, endlich ist sie da. Ich habe sie ja schon bereits auf unserer Seite oder auch Facebook-Seite bereits vor kurzem angekündigt. Das ist die 13. MHI-Lok der Mitgliederversammlung vom 21. Oktober 2016. Wir haben hier eine wunderschöne Baureihe 01, 146 der Deutschen Bundesbahn. In einer blau-schwarzen Farbgebung. Zu kaufen gibt es dieses Modell unter der Artikelnummer 39009. Dieses Modell hat nur jeder MHI-Händler vorrätig. Das heißt also, bei anderen Händlern ist das Modell nicht erhältlich. Und es sind auch nur zwei Modelle jedem Händler zugeteilt worden. Das Modell wird so, wie es sich hier darstellt, ausgeliefert. Auf einem schönen Holzsockel mit dem Gleis. Und natürlich möchte ich euch das Modell jetzt gleich auch vorstellen. Dazu nehmen wir sie dann mal runter vom Gleis und vom Holzklotz. Und setzen sie jetzt mal auf. Das ist also ein, finde ich, sehr hübsches Modell. Wir haben auch dazu schon einige Fotos gemacht. Wenn Sie auf unsere Seite gehen, www.harburger-lokschuppen.de, werden Sie dieses Modell finden. Wie gesagt, unter der Artikelnummer 39009. So, dann wollen wir uns das Modell mal im Einzelnen anhören. Und vorstellen. So, ich habe schon mal die Spitzenbeleuchtung eingeschaltet. So, jetzt geht es weiter. Kleine Unterbrechung. So, wir haben insgesamt 15 Funktionen, die zu schalten sind. Unter F0 das Spitzensignal. Dann unter F1 der Rauchgenerator. Der ist also serienmäßig bereits enthalten. Wie wir so sehen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange noch das Öl reicht. Aber wir haben mal ein bisschen reingeträufelt. Sieht ganz gut aus. So, dann machen wir das mal wieder aus. So, unter F3 haben wir dann die Lokpfeife. So, dann haben wir Anfahr- und Bremsverzögerung unter F4. F5 ist das Bremsenquietschen auszuschalten. Dann F6 ist die Feuerbüchse und das Geräusch des Kohlenschaufelns. Das haben wir dann auch einmal. So, und wenn wir jetzt hier mal umschwenken, jetzt muss ich die Kamera mal fliegend hier nehmen. So, und da sehen wir auch schon die flackernde Feuerbüchse. So. Dann haben wir unter F7 Rangierpfiff kurz. Dann unter F8 haben wir Dampf ablassen. F9 nochmal separat Kohle schaufeln. Unter F10 das Schüttelrost. Unter F11 die Luftpumpe. Unter F12 der Injektor. Unter F13 haben wir die Funktion Schienenstöße. Ich aktiviere diese gleich mal, wenn wir die Lok dann bei Fahrt hören. F14 haben wir nochmal einen Schaffnerpfiff. Und unter F15 können wir das Bremsenquietschen nochmal ausschalten. So, jetzt wollen wir das Modell natürlich auch in der Fahrt sehen. Also schalten wir mal den Dampfenkelpickler ein. Jawohl. Und jetzt geht es einmal Volldampf zurück. So, jetzt geht es mal ganz schnell. So, jetzt geht es mal. so und dann lassen wir ihn nochmal zurückkommen so und dann machen wir ihn nochmal zurück also ich finde ein sehr sehr schönes modell kann man nicht anders sagen kann sich jeder freuen wenn dieses modell besetzt wirklich so ich danke fürs zuschauen zu hören und sage bis zum nächsten mal besucht uns unter www.harburger-logshoppen.de danke schön und tschüss